Hallo liebe Kinder ich bin Frau Lutz und das ist Leo. Nein! Du heißt nicht Leo? Nein! Wie heißt du dann? Ich heiße Wango. Wango? Ja! Schöner Name. Hallo Wango. Wango hilft mir immer in Mathematik. Und was machen wir jetzt? Wir arbeiten im Anton. Wer ist Anton? Anton ist kein Junge. Anton ist ein Programm. Ein Programm? Auf dem Computer. Und wie funktioniert es? Ich zeig's dir. Schau gut her. Wie funktioniert Anton? Du siehst hier einen Pfeil und hier ist Anton mit zwei Augen und einem Mund. Mache bitte hier Klick und du kommst auf die Seite von Anton. Diese Aufgabe sollst du heute machen. Du sollst Zahlen schreiben. Klicke bitte hier auf die drei Sterne. Schreibe die Null mit deinem Finger nach. Schreibe bitte die Null mit dem Computer oder deinem Finger. Und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Passt rein! Das ist nicht mehr zu toppen. Super! Jetzt kommt die nächste Aufgabe. Klicke auf Weiter. Die erste Aufgabe habe ich fertig. Dann machst du die zweite Aufgabe. Klicke hier. Schreibe die 1 mit deinem Finger nach. Jetzt schreibe ich die 1. Jetzt schreibe ich die 1. 1. Und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Dann klickst du wieder auf Weiter und machst die nächste Aufgabe. Schreibe die 2 mit deinem Finger nach. Alles klar. Und jetzt bist du dran. Arbeite im Anton. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.